So, dann habe ich ja nach einer Viertelstunde Suchen doch noch einen Gegner gefunden. Hoffen wir mal, dass sich diese Hartnäckigkeit auszahlt. Müssen wir auch die Ecke nehmen, oder? So, jetzt soweit so normal, jetzt gehen wir mal die Ecke. Okay, und nun noch einmal pushen, oder erst mal nicht, und hier spielen, oder hier. Versuchen wir es mal so, gucken, was da aussieht. Angreifen. Gucken, was jetzt daraus wird. Bin mir nicht so ganz sicher. So. Holla. Holla. Hab ich doch früher mal gesehen irgendwie. Holla. So. Holla. So. Oder so. So spiele ich später hier. So. Holla. 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 ich versuche mal die jetzt hier spielt muss ich dann doch hier decken so bringt es jetzt was hier gegen zu bumpen oder schadet das nur bin der meinung es schadet vielleicht mehr vielleicht ich weiß es nicht das ist natürlich tricky fängt an die steine das mag ich nicht das ist ein fuchs er guckt mir nicht was ich mir nehmen möchte interessante partie nicht dass ich da noch sterbe das wäre mir schon unangenehm könnte passieren oder so Oh, das ist irgendwie keine Partie, so richtig nach einem mir gefälligen Muster läuft. Das Sinn hier zu spielen, dann habe ich ja immerhin hier wieder eine Möglichkeit mit dem Piep in der Ecke was zu erreichen und außerdem habe ich hier eine etwas bessere Basis, wenn er da Schweinkram versucht. Ja, nur irgendwie so mit Augenraum und so. Sieht für meine Gruppe hier links auch noch nicht so doll aus. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss hier im Zentrum jetzt mal einen Doppelhane spielen. Man mag das eine Zwangsstörung nennen, aber wenn ich jetzt hier geantwortet hätte und er dann irgendwie im Zentrum als erster aktiv hier Steine hinbekommt, dann ist der Bereich plötzlich viel zu groß. Und viel zu große Bereiche mag ich nicht. Wenn sie der Gegner hat zumindest nicht. Okay, er ist jetzt immerhin auch im Bio-Jumi. Schneidet er hier jetzt? Nee, ne? Gut. Das ist doch mal in Ordnung. So, und jetzt? Jetzt weiß ich immer noch nicht. 10 Minuten. Ich hoffe hier noch darauf, dass er irgendwann mal brav in der Nachhand irgendwie in der Ecke leben muss. Aber wer weiß, das ist vermutlich... 20 Minuten. 25 Minuten. Jetzt gehen wir rein. 10 Minuten. 10 Minuten. 13 Minuten. Der psychological세te. Den noch spielen. Ich chau. Man weiß ja nie, wofür das mal gut ist. So, und jetzt den hier. Ich chau. so war es eigentlich erhofft sieht doch jetzt allmählich so aus als wäre seine gruppe schwächer als meine so habe ich es gern ja das jedoch habe ich jetzt noch nicht ganz so gern das ist ja erstmal nur ein Auge okay hier kann er noch ein nachher ein Auge machen wenn ich auf den antworten muss aber das ist auch nur ein nachher ein Auge dann nehmen wir ihm das mal weg 10초 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 20초 25초 10초 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 11초 10초 10초 11초 20 Minuten 25 Minuten 28 Minuten Ne, das ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, glaube ich. Aber vielleicht ändert es sich ja noch. Letztendlich will ich doch nur Sicherheit, dass meine Gruppe hier lebt. Am besten indem sie diese zwei Steine fängt. Dafür natürlich hier, naja, 20 Punkte hat er schon fast. 10 Minuten 20 Minuten 25 Minuten 28 Minuten 29 Minuten es wird jetzt allmählich richtig teuer hier mein wunsch diese zwei steine zu fangen nee 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 so sollte das eigentlich nicht laufen na gut dann muss er jetzt auch hier weitermachen so 10 20 30 sind das 40 50 60 10 20 30 40 naja ist wahrscheinlich noch eine partie wenn wir nicht noch dieses problem hätten noch eine 20 25 20 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 Ich muss schon noch irgendwo ein bisschen was zaubern, glaube ich. Mit den vier Freiheiten kann ich hier auch nicht viel anfangen. Eventuell, wenn ich hier durchpusche kann und er so die Freiheiten verliert am Rand hier. Das ist doch schon fast. Da war es doch schon fast. Und er ist im letzten Bio-Jumi. Okay, das gibt ja noch mal zusätzlich ein bisschen Hoffnung, dass er hier und da vielleicht noch ein bisschen nachgibt. Okay. 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 Ach so, Hella, das dann spielen. Aber ich hoffe doch, dass ich da jetzt genau passend Freiheiten habe. Dann können wir natürlich hier decken, dann könnte ich gearscht sein, dann bin ich vermutlich gearscht. Ne, 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 ne. Ist jetzt schon ein bisschen teurer, als ich das gerne gehabt hätte. Na ja, irgendwas ist bekanntlich immer. 10. 20. 10. 10. 10. 1, 2, 3, 4, 5. Das darf ich nicht zulassen. Ich kann hier eventuell... Aber so richtig, ne, so richtig funktioniert das nicht. Durchtanken meine ich. 10. Kann ich ja hier nochmal das Atari geben. Okay, das beantwortet er auch brav. 10. 10. Kann ich ja hier auch nochmal schauen, oder? 10. 10. 10. 10. 10. 10. 10. nochmal vielversprechend hier. Ja, das kann man so machen. Aber kann ich hier jetzt nicht schneiden. Ich hoffe schon, aber das Atari ist noch eventuell ein bisschen eklig hier, ne? Da, 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 hier eins, zwei, drei Freiheiten. Aber wenn ich schneide, habe ich die Freiheit nicht mehr, ne? Ja. Das ist nicht so schön. Das ist natürlich nicht so schön. Da, 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 da. Da, 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 da. Nein, das möchte ich nicht. Geht leider nicht mit dem Schnitt, ne? Geht leider nicht. Müssen wir doch so spielen. So, hier decke, da, 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 das wäre doof, nicht da decke, da, 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 ist alles okay, ne? Ist alles okay, ne? Ja, ist alles okay. Mann, Mann, Mann. Ist das verrückt hier. Okay. So, 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 so. Ah, das war nicht schön. Das war nicht schön. Ah, missklick, verdammt. Ah. Ach, warum mache ich sowas? 10초. Ah, okay. 20초. 25초. 10초. 20초 25초 10초 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 Dummheit, dein Name ist Dicot. Mal wieder. 10초 Ich habe es mal wieder getan. 20초 25초 28초 10초 20초 1, 2, 3 20초 Ach, das geht doch alles nicht. 20초